Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man bei Amazon Bestellungen verbergen und diese anschließend auch wieder aus dem Archiv anzeigen lassen kann, wenn man zum Beispiel zum Geburtstag nicht möchte, dass die Frau sieht, was man gekauft hat. Wenn du also Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige das Ganze jetzt mal am PC, das für mich einfach leichter ist, jedoch sollte es am Handy in der App bzw. im Browser relativ ähnlich funktionieren und sobald du dich jetzt auf der offiziellen Amazon Webseite eingeloggt hast, musst du mal mit der Maus hier rechts oben auf Konto und Listen gehen und anschließend auf meine Bestellungen klicken. Als nächstes können wir auch schon alle meine Bestellungen einmal sehen und ich möchte jetzt zum Beispiel diese hier archivieren. Da sehen wir jetzt auch schon direkt darunter den Link Bestellung archivieren, da klicke ich jetzt einfach mal drauf. Wir können auch sehen, dass wir bis zu 500 Bestellungen archivieren können, das klingt doch schon mal super und ich gehe anschließend noch auf den Button Bestellung archivieren. Wir erhalten jetzt noch eine kleine Bestätigung, dass unsere Bestellung auch wirklich archiviert wurde und wir sehen jetzt auch nämlich hier, dass das Ganze einfach aus der Liste rausgenommen worden ist. Wenn du jetzt anschließend natürlich diese archivierte Bestellung noch sehen möchtest oder vielleicht doch wieder hier bei deinen normalen Bestellungen anzeigen lassen möchtest, dann hast du jetzt im Moment noch die Möglichkeit, dass du sofort hier auf den Link Archivierte Bestellungen klickst. Aber wenn du zum Beispiel aktualisierst, dann ist natürlich dieser Link nicht mehr verfügbar und wir müssen einmal mit der Maus wieder auf Konto und Listen gehen, anschließend auf mein Konto etwas bei der Webseite nach unten scrollen und wir sehen nämlich links unten auch schon Archivierte Bestellungen. Da klicke ich jetzt auch einmal noch drauf. Das gekaufte Produkt wird mir sofort wieder angezeigt und um die Archivierung wieder aufzuheben, müssen wir mal auf den Link Bestellung aufheben unter dem Produkt draufklicken. Jetzt bekommen wir nochmal die Bestätigung, dass das Ganze nicht mehr archiviert ist. Wir können wieder auf meine Bestellungen einmal draufgehen und wir sehen, dass das Produkt hier wieder richtig angezeigt wird. Und somit haben wir auf Amazon jetzt auch schon Bestellungen richtig verborgen und diese Archivierte anschließend wieder zurückgeholt. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und noch weiter geöffnet hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.